Weiter geht's mit Minecraft. Hier kümmern wir uns gleich nochmal um den Eingang. Oh, die APZ. Gut. So, dann haben wir nochmal 5 Flöcke, die würde ich gerne verbrauchen auch. Ich frage jetzt bloß wo. So, dann nehmen wir den Weg nach oben jetzt gleich. Musik 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 Ich sollte ruhig noch nach unten gehen tatsächlich. Eigentlich brauche ich schon wieder Blöcke. Boah, dass die Blöcke so ewig brauchen müsste verschwinden, nervt langsam ey. Ich mache jetzt erstmal hier eine Fackel hin, zink. Erde haben wir ein bisschen da, dann könnte ich jetzt erstmal hier die Mauer simulieren. Könnte man theoretisch wieder Zäune hinstellen, das wäre eigentlich eine gute Idee. Wird was wieder teuer und kann ich da jetzt schon so arbeiten, pass ich durch. Und dann kommt das hier. Und dann kommt das hier. Und dann kommt das hier. Ich will jetzt erstmal, dass da unten alles dicht ist. Denn so können wir dann, nämlich nach und nach, alles sein Wasser befreien. War vielleicht nicht unbedingt der schlauste Weg anzufangen. Ich muss von oben anfangen. Ich muss von oben anfangen. Und dann kommt das hier. Wieso fließt denn das wieder so schräg nach oben? das kommt doch jetzt nicht durch die treppe hier du das verarsch mich jetzt nicht das sieht jetzt doch als wasserblock wie dämlich ist das denn jetzt mal ernsthaft oh god das wird schon krampf so so ok ähm ich glaub da muss ich da auch abdichten ne sonst ne fließt nicht rein ups oh ist das weg? fast alles weg joo ähm gut nein problem wird sein dass wir gucken mal ok schwein gehabt ja wie weit gehen wir jetzt runter aber wir sind jetzt hier auf der Ebene eins zwei drei zwei eins eins zwei drei vier fünf sechs und die sieben sieben könnten wir wohl runter wenn ich mich nicht verzählt habe dann wären wir auf der gleichen Ebene eins zwei drei vier ähm sehr schlau wir können uns mal gucken wir können uns mal gucken und es reicht nicht äh neue spitze zerke ähh ähh da kommt mir raus kann man schneller durch tauchen ich glaube das geht schneller dann könnte ich das loch dazu machen also holz sind wir doch da 1 2 legt mich sind zeit für dich wo sind wir durchgebrochen hier noch zu hoch ich habe immer noch ein körper und vorsichtshalber richtig hier ab und wir gehen noch ein runter zur not kann ich da in den boden dann einsetzen was wird es zu tief abbau so 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 immer noch ein zu hoch gibt es doch gar nicht so 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 muss es aber passen und hier geht es dann das nächste mal bei der spitze wieder gemisch bis dann so 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 Vielen Dank.